So, liebe PESSEX-TV-Zuschauer, wir befinden uns hier heute Abend im Quasimodo, 5. Dezember, es ist kurz vor Mitternacht, das heißt, morgen ist Nikolaus. Und hier findet heute Abend die Nikolaus-Party statt und wir laufen jetzt hier einfach mal rum und sammeln mal die tollsten Impressionen, verkleidete Nikolausen und Nikolausinnen. Und wir wollen heute Abend wissen, wer war der Nikolaus und was hat er eigentlich damals getan. Wir haben hier heute auch eine neue PESSEX-TV-Moderatorin, das ist die Luisa Woll aus Emron und die werdet ihr gleich noch kennenlernen. Bleibt dran!